Mit der frei regelbaren Umdrehungszahl von 2000 bis 60.000 lassen sich mit dem Enesca Mikro eine Vielzahl verschiedener Aufgaben erledigen. Dies reicht von groben Arbeiten wie Fräsen, Entgraten oder Nacharbeiten wie Schleifen bis hin zum Finish. Dank seines hohen Drehmoments eignet es sich problemlos für leichte, aber auch fordernde Aufgaben. Die hohe Spannkraft sorgt dafür, dass auch bei hohen Drehzahlen und starker Belastung das Werkzeug sicher geführt werden kann. Durch die hohe Rundlaufgenauigkeit und Laufruhe wird ein absolut sauberes Arbeiten ermöglicht. Gleichzeitig wird der Anwender nicht durch Vibration belastet. Dank der großen Auswahl an verschiedenen Handstücken bietet sich für jede Anwendung das passende Tool. Besonders beliebt sind jedoch auch die unterschiedlichen Handpfeilmaschinen, bei denen die rotierende Bewegung in einen linearen Hub umgewandelt wird. Der optionale Bandschleifer bietet die Möglichkeit Flächen abzuziehen, aber auch Rundungen nachzubearbeiten. Das Enesca Mikro lässt sich kinderleicht bedienen. Aufgrund seiner vielseitigen Einsetzbarkeit und hohen Leistungsdaten ist das Enesca Mikro nicht nur eines der leistungsfähigsten Mikromotorsysteme, sondern stellt einen optimalen Ersatz zu Druckluftgeräten dar, die in der Regel hohe Energiekosten, hohe Lautstärke, deutlich höhere Vibration bei gleichzeitig geringerer Leistung bedeuten.